hallo und willkommen zurück okay okay hier ist so'n hat schön mal ne runde muss ich hin wo muss ich denn hin bitte danke hier ist ein speicherpunkt da war ich da war ich wir gucken mal nicht dagegen schießen muss mein foto einfach mal leer machen glaube ich ja nass genau ähm die kamera so löschen ach ich sehe schon ich sehe kann ich da durchschießen das geht nicht was sehen meine entzündeten eutlein aha muss aufpassen dass ich hier kein gewicht kriege ja ja das war klar wie machen wir das dagegen treten wie mache ich das gibt es hier nicht irgendwo wir haben ja gelernt die sicherung habe ich doch wo er jetzt hin Hier liegen Ketten. Kann ich hoch? Dass die das nicht mitschneiden, ne? Aha. Wer hier? Hm. Ich will den Säuber mal. Oh oh. Geht der sich nochmal um? Das müsst ihr jetzt, damit die können beobachten. Ich will den Säuber. rein na zu da hinstellen na rennt er rein? rennt er nicht rein stimmt die bestehende nur schrott haha also was lohnt sich halt immer noch ein herz na jawohl gut ist er geheilt gut 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 Das war's für heute. Ja, das ist knapp. Komme ich nicht weiter? Na komm, einmal wegtreten. Hier ist wieder Schleich-Action angesagt, wa? Hier ist zu seinem Kumpel auch nochmal. Dann kann ich an euch vorbei. Das sind drei. Sind die alle drei? Nee. Nur die beiden gehen. Der eine wird sich anscheinend am laufenden Meter umdrehen. Und mich an ihn ranheften. Oh, kacke. Tschüss. Und dann mal weg. Boah. Hat mir die halben Leben gekostet, ey. Wie machen wir das? Nichts. 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 Zeitpunkt abpassen, dass ich da hinten durch kann. Okay. Der geht da hin. Dann dreht er sich nach so. Das ist Käse. Es darf nicht zu schnell hier vorkommen. Ja, ich hab's ja schon verstanden. Eindringling, Eindringling. Herr, bitte, Erlaubniszone zu säubern. Äh. Bestätigt. Ich geh alle auf, alle auf! Alter! Das ist echt knapp. Das kommt von da drüben. Ich geh Eindringling! Eindringling! Okay. Herr, bitte, Erlaubniszone zu säubern. Bestätigt. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! So. 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 Okay. So. 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 sind wir hier in ihre gräben wir müssen weiter rein im notflügel stimmt hier muss darüber klettern ja da werden die opfer durchgeschleust gehen sie vor ich gebe ihnen rückendeckung vergessen sie nicht ein bild zu machen das war das war Ich bin tot. Wollen wir sie nicht einfach bekämpfen? Halt mal Ruhe. 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 Hmm. Halt mal Ruhe. 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 Aber hier ist nicht mal eben mit schnell abdampfen. Konto, Identifizierung. Okay. Ein SOD-Set stellt die Energie des Fahrzeugs komplett wieder her. Eine Büchse Carbabs stellt die Lebensenergie vollständig wieder her. Eine Büchse Carbabs stellt die Lebensenergie vollständig wieder her. Die Reparatur-SOD stellt einen Schlüssel der Fahrzeugenergie wieder her. Ein Starkos stellt ein Herz der Lebensenergie wieder her. Ein Starkos stellt ein Herz der Lebensenergie wieder her. Ja. Einmal leer gekauft. Ostflügel. Typ, Alter. Ja. Ähm. Ähm. Soll ich. Ja. Speichern wir erst mal. Und würde einfach sagen. Ich sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis denn. Ciao.